Antenne Thüringen. Dingens. Promi-Raten und dem neuen Auto starten. Roland aus Meiningen, hallo. Ja, hallo. Wen suchen wir? Ich hoffe mal, ihr sucht Andreas Burani. Ob der jetzt Weißwürste ist, das weiß ich nicht genau, aber ich hoffe. Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt in ihrem neuen Renault Megane. Nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Wie geil ist das denn? Oh, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Es ist so schön, um wahr zu sein. Herrlich, herrlich. Antenne Thüringen. Dingens. Promi-Raten und dem neuen Auto starten.